Steigerung von Adjektiven Das Rennen kann beginnen. Ben, Lina und Lara haben sich lange vorbereitet und ihre Seifenkisten gebaut. Wer wird wohl gewinnen? Meine Seifenkiste ist schnell. Meine ist schneller. Aber meine ist am schnellsten. Das Wort schnell ist ein Adjektiv, also ein Eigenschaftswort. Adjektive kannst du steigern. Schnell, schneller, am schnellsten. Das hilft dir dabei, Eigenschaften zu vergleichen. Ben, Lina und Lara haben ihre Seifenkisten verglichen. Schnell. Dies nennt man die Grundform. Indem man eine Endung an das Adjektiv schnell hängt, kann man es steigern. Das nennt man erste Vergleichsstufe, schneller. Mit dieser kannst du etwas direkt miteinander vergleichen. Linas Seifenkiste ist schneller als Ben's. Am schnellsten, das ist die zweite Vergleichsstufe. Du kannst sie auch Höchststufe nennen. Hier bildest du diese Form mit am vor dem Wort und einer Endung. Sten. Das Rennen ist schon in vollem Gange. Kannst du die erste und zweite Vergleichsstufe von weit bilden? Für die erste Vergleichsstufe kannst du ein ER an den Wortstamm hängen. Weiter. Die zweite Vergleichsstufe ist am weitesten. Hier musstest du das E zwischen den Wortstamm und die Endung setzen. Oh nein! Wow! Meine Seifenkiste ist am dreckigsten. Kannst du die fehlenden Formen bilden? Die Grundform hier ist dreckig. Und die erste Vergleichsstufe ist dreckiger. Laras Seifenkiste ist dreckiger als Bens Seifenkiste. Linas Seifenkiste ist am dreckigsten. Mit dreckiger als kannst du zwei Seifenkisten direkt miteinander vergleichen. Weiter geht's! Ich bin schon sooo nah am Ziel! Nah steigerst du so. Bei manchen Adjektiven musst du aufpassen. Hier ändert sich beim Steigern auch der Wortstamm. Aus dem A wurde ein Ä und in der zweiten Vergleichsstufe kam auch noch ein C dazu. Es gibt auch Adjektive, bei denen sich mehr ändert. Diese nennt man dann unregelmäßige Adjektive. So steigerst du das Wort viel. Viel mehr am meisten Manche Adjektive kann man auch gar nicht steigern. Wie zum Beispiel falsch. Es gibt keinen Grund, das Adjektiv zu steigern. Das Rennen ist fast zu Ende und alle drei sind gleich auf. Bevor wir sehen, wer gewinnt, schauen wir uns noch einmal an, was wir gelernt haben. Du kannst viele Adjektive steigern. Dadurch kannst du verschiedene Eigenschaften miteinander vergleichen. Schnell steigerst du so. Schnell Schneller Am schnellsten Das hier ist die Grundform. Dies nennt man die erste Vergleichsstufe. Und das hier die zweite Vergleichsstufe. Du bildest die erste Vergleichsstufe mit ER und die zweite Vergleichsstufe mit AM und STEN oder ESTEN. Bei manchen Adjektiven musst du aufpassen, da sie unregelmäßig gebildet werden. Zurück zum Rennen. Sie sind alle gleich auf. Sieht fast so aus wie ein Gleichstand. Lasst uns doch mal auf das Zielfoto schauen. Oh, wow.